Xenover is 1, wo sich ja auch noch ganzen Attacken sammeln. Das mit den Meistern ist aber da ziemlich doof gemacht. Und wann kommt endlich Magrelin wieder als Mag... ...durch. Ich muss doch immer noch für Platin mit Krelin was machen, aber der kommt nicht mehr. Seit vier DLCs kommt der Typ nicht mehr. Hat man den weggepatcht? Mit den anderen Charaktern treffe ich den doch auf. Aber sie brauchen ihn nur noch einmal. Keineren müssen ihn, glaub ich, noch öfter mal treffen. Aber mit wem spiele ich die jetzt? Mit ihr aber. Ich habe keine neuen Attacken bekommen. Also mach ich's mit dem. An evil must be destroyed. Don't say I didn't warn you! Hm. Komm, Badog. Perfekt warm-up. Passt auf, im nächsten Xenover ist es Badog auf einmal Super Saiyajin blau. Wird aber eigentlich passen, weil ich glaub schon, dass er der Super Saiyajin-Gott vor... ...vor keine Ahnung wie lange Zeit war. Alter, willst du mich verarschen, Junge? Was? Wer macht dich fertig? Wer macht dich fertig? Das ist doch nur Nappa! Dann kriegst du eben den Heiligen Thorn! Alter, dieser Nappa Alter Ich werde verprügelt von Nappa Komm schon, lad dich auf, kümmert euch um Nappa, Alter Es gibt's nicht, der Typ ist mir immer einen Schritt voraus Wie gesagt, einen Schritt voraus Einen Schritt voraus Dann ist das Nappa Jetzt gibt's beim Happa Oh, Raditz hat's erlöst Die Summers lebt ja noch Alter, hört immer auf, ihn rumzuschubsen Bäh, bäh, bäh Junge, übertreib's nicht Ich hab hier noch eine Kugel Was ist diese Kugel? Ist abgehauen Wir könnten ja mal die Story über solche Felder machen Dass man immer von einer Zone in die andere Halt so ne Oberweltkarte und so weiter Meine Wünsche an Sandois 3 Aber erstmal kommt ja ein anderes Dragon Ball Spiel Was mich noch nicht ganz so überzeugt vom Optischen Weil ich mag dieses 2D-Geprügel nicht Oder 2,5D Keine Ahnung Das ist bei Tekken zwar cool Aber dann muss ich das Spiel auch mit Tekken messen Und kein Spiel will sich mit Tekken messen Äh, wohl Tekken ist ja an der Königsklasse Genauso wie Street Fighter So, war nett mit dir Freezer Aber zurück in die Hölle mit dir Kula war nett mit dir Aber auch du zurück in die Hölle mit dir Badok Das ist eine Energie mehr zum Abhauen Aber eine Energie Kugel Aber nicht so weit Wollte ich gerade sagen Da haut er mich schon weg Alter Kula Das kriegst du wieder Doppelt und dreifach Und tschüss Wann nicht mehr Alter, jetzt stirb doch endlich Danke Ähm Ich glaube aber es gibt noch einen hier Hallo Black Wo bist du? Da So Blacky Tschüss Gesagte Tschüss Multiplayer Scheiße Also ich meine jetzt Also das hatten sie im ersten Teil Noch besser gelöst gehabt Weil da warten alle Eigentlich Wenn man auf einen eintrügelt auch Und wenn man einen fokust Greifen die normalerweise nicht an Und schlagen die noch nicht weg Wenn wir die wegschlagen Das ist ein bisschen schreif Und dann Das ist ein bisschen schreif das ist mir Oh 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 Super Saiyan Rose Thank you Black Ich habe endlich geklärt, Doki, entierlich mein eigenes Leben. WHAAAT? Dank an dich, habe ich sogar stärker geworden. Du bist willkommen! Mach hinne! Hier geht's! So, okay, dann erstmal mit dem Cell flimmern. Oder doch lieber erstmal aufladen. Ja! Ich bin am aufladen, lasst mich! Alter, was ne Kombo! Wie kann ich verfehlen? Das Ding ist so groß wie keine Ahnung! Wie hast du gewollt, Remax? Ja, ich treffe einfach nicht. Ich komme nämlich zu 60. Ähm, oh nein, dieser Untertasten-Wix-Schlag da! Oder was das auch immer ist! Will da irgendwas! Oh nein, Vegeta ist fast down! Ich hoffe, der darf down gehen. Ähm, alter! Macht mich nicht wütend! Wir haben eine Ausrüstung bekommen, na toll! Alter! Was bist du? Was willst du von... Was? 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 Wo ist das? Wie? To'n? Ich meine Fresse! Fordi! Da muss ich völlig verletzen, ne? Ich bin ja! Ich bin ja! Ah! Ja! Oh, gistoch! Feine Fresse! Here! Belebt, Barock und Kom-Bahn! Nach! vorher lade ich mich mal auf wir haben nur noch fünf minuten was ist denn hier los ich habe das überhaupt noch es wird knapp so wie immer nicht ganz so stark wie ich eigentlich dachte ich habe er hat doch voll mit seinen kubeln ordentlich geht es aber mittlerweile locken die es auch immer ab was soll das alter solange er geschwächt ist ich weiß nicht ob ich es schaffe aber wenn ich was lag es tot alles jesus ich gehe da einfach rein boah das wird knapp es wird sowas von knapp schaffe ich im link das was habe ich denn hier na komm schließt das mal weiter hilfe ich muss mich aufladen bitte 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 raus du brauchst nur ein bisschen zeit man Für meine eigene Form, der Ikidama. Hi, Dietro for you. Habe ich das richtig ausgesprochen? Scheißt du dran nicht? Uiuiuiui. Zeit. Warum stirbt denn nix? Spamming Attack. Das ist meine einzige Chance. Komm her, Janamba. Bis dir mache ich geschnetzeltes. Geschnetzeltes Janamba-Art. Komm her. Roli ist schon tot. Das ist gut. Ja, nenn mal gleich auch. Lebt da noch was? Nee, er hat aufzurebten und fusioniert. Ich weiß doch genau, dass ihr das wollt. Alter, ich hab nur noch ne Minute Zeit. Ich weiß selber nicht, wie man es ausspricht. Okay. Ähm. Wenn die weiterreden, verliere ich auf jeden Fall. Das schaffe ich niemals. Das schaffe ich niemals. Die Leiste. Scheiße. Och. Der Ghetto. Du hast meine... Attack runterbrochen. So. Alter. Verwandle dich mal schneller. Und jetzt war prügel ihn. Wir haben nur noch eine Minute. Spamming Attack! Das hat sogar noch verfehlt. Das schaffe ich doch niemals! Komm schon, komm schon. Ach, komm! Scheiß Zeit! Ah! Der war doch fast down! Okay, dann halt noch mal. Diesmal aber mit meinem eigenen Charakter. Das mache ich aus dem Hackfleisch, denn alles wird aus Hack gemacht. Ich hab mich so lange aber Nampa aufgereift. Das war's. Alter, Junge, mach keinen Scheiß! Bleib hier! Warum teleportiere ich mich erst, nachdem er mich geschlagen hat? Danke. Das war's. So, der ist hin. 2 im Sinn. Raditz! Wow, diese Attacke ist so stark. Samas, komm her. Aua. Können wir mich schon aufladen. Ja klar gucke ich Dragon Ball super. Ich bin immer auf dem aktuellsten Stand. Deswegen kann man mir zum Glück nicht wirklich was spoilern, es sei denn man weiß mehr als die Serie. Nein! Ach komm. Zweimal verfehlt? Ernsthaft? Ernst. Können wir auf ihn wegzuschlagen? Okay, das müssen sie auf jeden Fall, wenn es Xenoverse 3 gibt, wieder so wie in Teil 1 machen, dass die einfach den einen Ruh lassen, wenn man den Fokus. Das ist sowas von... Bescheuert das wirklich? Die Konjunktur alle so BAM BAM BAM! Kein Teamwork, alles druff. Oh ja, Jiren ist übelst krass. Das wird ein harter Fight für Goku, ein ganz harter Fight. Freue mich schon, wenn der in einem Dragon Ball Spieler auftaucht, uh, und den dann spielen. Meine Vermutung ist ja, dass Jiren sogar Hit fertig machen wird und ihn runterkicken wird. Aber bei diesem Ding wird bestimmt einiges passieren, was krass sein wird. Ich hoffe ja sogar auf Überraschungen seitens Grelin und Maboshi und so. Okay, so kann man da einen Gegner auftreten. Alter! Natürlich haben sie den schon weggeschlagen, natürlich! Lass ihn mir! Alter! Alter! Lass ihn mir! Lass ihn mir! Ich hab doch gesagt, lass ihn! Oh, komm! Deswegen hasse ich voll diese scheiß NPCs. Na gut, NPCs sind ja nicht, wenn man Bonds wird. Trotzdem hasse ich sie. Kein Rücksicht! Wieso was hier mit der Musik gerüstet ist? Sie wechselt ständig. Ich glaube, Koko verpiss. Oh nee, er verwandelt sich. Was denkst du von dieser Farbe? Ist es nicht schön? Oh nee! Oh nee! Oh nee! Super Saiyan Rose! Oh nee! Boah! Das war knapp! Oho! Wie ich dem Ausgewicht bin! Okay, der hat genug! Ich bin kein Appetizer! Du solltest deinem Platz wissen! Auf der Tafel! Auf der Brille! Ich habe dieses Sommer! Wir haben deinen Job! Also gehst du! So, ein Challenger hier. Ähm... Ich habe auch einen männlichen Selfie, nur dieser ist gerade weiblich. Ich habe eigentlich schon alles, was man basteln kann, auf einen Charakter. Das ist immer noch schade, dass die nicht... Dass man halt... Das Level und so alles nicht an Charakter gebunden ist. Ist... 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 Cell kaputt? Noll! Au! So, jetzt habe ich ihn! Jetzt habe ich ihn! Jetzt habe ich ihn! Jetzt habe ich ihn! Das muss ich auch nutzen! Ist das bei Creaser nicht weiter mit Cooler? Wie genau? Äh... Also... Bei welcher Mission? Da wo Cooler auftaucht in den... Und man Creaser und Cooler fertig machen muss? Oder... Weil man kämpft ziemlich oft gegen Creaser und gegen Cooler. Und man kämpft die Creaser und Cooler bei den... Raumschiff-Missionen. Oh, das wird wehtun! Das wird wehtun! Das wird wehtun! Wenn er getroffen hätte! Na komm! Jawoll! Also der beste Weg, wenn man irgendwo nicht weiterkommt in dem Spiel ist... Äh... Ja... Leveln! Irgendwann ist man stark genug, dass man die Gegner locker fertig machen kann. Also ich war auch nie unterlevelt. Ich war eher überlevelt meistens. Weil ich soviel nebenbei gemacht hab. Aber wie gesagt... Wenn der Gegner zu stark ist... Einfach... Leveln! Ein bisschen Fuß machen... Namek ja... Also Namek helfen... Äh... Manchmal kann das einen ziemlich... Alles erleichtern, wenn man nur das nötige Level hat. Ich bin immer noch nicht schneller hier? Was? Obwohl letztes Mal waren es die 3 Minuten, oder? Ach komm, Broly! Ach komm, bleib doch stehen! Nochmal! Vegeta, wieso?! Das ist doch nicht dein Ernst, Vegeta! Das ist doch nicht dein fucking Ernst! Ich fühl mich so schwach! Und wie hoch ist dein Level, wenn du schon alles soweit gemacht hast? Weil... Wie gesagt, man kann jede Mission ja mehrmals machen. Und man kriegt ja 1000 Punkte... Immer nochmal wieder... Ich hab's nicht mehr... Ich hab's nicht mehr... Ich hab's nicht mehr... Ich hab's nicht mehr... Und du genau... Ich hab's nicht mehr! Nein! Kommen die? Jetzt als Fusion? Jaaaa... 33? Auch die Skill-Punkte gut verteilt. Ich weiß jetzt nicht ob 33 bei denen ich doch auf... Man kann ja bis Level 80 werden, also mittlerweile sogar schon Level 99. Also es gibt immer noch mehr. Wie gesagt, wenn der Gegner zu schwer ist, immer wieder ein bisschen Leveln. Ich kann wirklich manchmal sehr viel ausmachen, wenn man ein bisschen mehr einstecken kann und mehr austeilen kann. Ja! 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 Skillpunkte nicht verteilt? Dann soll ich das mal machen, vielleicht. Außer dann den Gegner auf jeden Fall mehr Schaden rein. Alter, nein! Oh Mann, dieses Wegschlagen vom Partner mehr! Ich hätte hier keine Zeitprobleme, wenn das... Ja... Oh, komm! Bleib doch mal bei mir! Oh, der hat ja immer noch zwei Leisten! Schneller kann ich nicht! Ich habe noch zwei, drei Sekunden noch nicht ordnen! Alter! Ja! Geht down! Was? Den kann ich nicht mehr schaffen. Äh, bitte was? Ja, das war's. Das kann nicht passieren! Ooooooh! Alter! Was ist das? Ich hab von den neuen Attacken nichts bekommen! Was? Wow. Wir laufen ja schon so viele Super Saiyajin 4 Gokus rum. Und der Super Saiyajin 4 Gokus Samasus? Was? Was ist hier los? Was? Uff. Ahem. Tja. Keine Attacke bekommen, so. Mies. Schlutsystem für'n Arsch. Hückeln. Tja. 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 Vielen Dank.